spät dran jeder moment zählt clemens möchte auf keinen fall zu spät nach hause kommen immerhin feiern seine freundin und er den jahrestag ihrer beziehung dass seine prall gefüllte blase ihm hierbei einen strich durch die rechnung macht bringt ihnen heftige bedrängnis hinzu kommt der ungeplante umweg wegen der kollegin die er im auto mitnimmt diese und noch viele lustvolle geschichten mehr findest du frei zum lesen auf unserer homepage edition minus augen punkt de